Also, der letzte Referent, er nimmt uns zum Schluss mit, es ist ein Diplom-Physiker, er nimmt uns mit nach Übersee, genauer wie im Lied nach New York und er schärft uns unseren Blick für physikalische Unmöglichkeiten. Also, wenn man Physik studiert hat, ein Diplom-Physiker ist, hat er einiges zu sagen und seine unermüdlichen und professionellen Studien, die verbreitet er nicht irgendwie aus Spaß oder Hobby, sondern aus Notwehr, aus Verantwortungsbewusstsein für die Völker, für die Nationen. Und mit ihm zusammen möchten wir den Blick auf 9-11, auf diesen 11. September 2001, so lange Gerichte behalten, bis der hinterste und letzte Erdenbürger kapiert hat, dass es unmöglich sein kann, dass zwei Flugzeugeinschläge drei ganze Wolkenkratzer pulverisieren können, weil das ist geschehen. Einfach diese physikalische Unmöglichkeit, die muss so lange in die Welt hinausgeschrien werden, bis keiner mehr darum herumkommt zu sehen, dass die ursprüngliche Version nicht stimmen kann. Also, unser Referent, Heinz Pommer, bitte auf die Bühne. Heißt ihn herzlich willkommen. Heinz Pommer, Diplom-Physiker. Befreuen uns und gemeint. Ich bin vor allem gespannt, er unterrichtet uns jetzt über 9-11 anhand eines psychologischen Spielbrettes. Nie gehört, aber jetzt erfahren wir, was das ist. Aber jetzt noch zuerst seine Lebensreise hier auf der Leinwand und dann noch einmal, geht richtig mit, gehen wir mit mit seinem Beitrag, das ist ganz wichtig. Heinz Pommer, geboren 1967 in Kalf, Baden-Württemberg, Deutschland. Ausbildung? Studium am Institut de Physique Nucleaire in Paris. 1994 Abschluss des Studiums als Diplom-Physiker. Während des Studiums befasste er sich mit der Entstehung und Ausbreitung von Schockwellen in Dünnschichten nach Einschlag hochenergetischer Teilchengruppen. Tätigkeiten. Seit 2000 arbeitet er selbstständig im Bereich der technischen Dokumentation für komplexe Anlagen und Maschinen. Arbeitsschwerpunkt ist die vereinfachte Darstellung technischer Zusammenhänge unter Berücksichtigung der psychologischen Verständnisbarrieren. Heinz Pommer ist verheiratet, hat eine Tochter und einen Stiefsohn. Publikationen. Autor des Buches Beschreibung physikalischer Prozesse an 9-11 Alternative Modellbildung Betreiber der Website www.911history.de Heinz Pommer beschäftigt sich seit etwa fünf Jahren mit der sachlichen Darstellung der Ereignisse des 11. September 2001. Sein Thema heute Das Ground Zero Modell Ein physikalisches Modell zu 9-11, vorgestellt auf einem psychologischen Spielbrett. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für das hervorragende Lied. Das war wirklich eine nette Überraschung für mich. Ja, und die zum Vortrag speziell designt oder komponiert. Die Webseite wurde ja schon eingeblendet, 911history.de. Da dieser Vortrag sehr intensiv und eine hohe Informationsdichte hat, Sie können dieses PDF, das Sie hier da hinten an der Wand sehen, dann im Internet herunterladen. Ist bereits zur Verfügung. Wie gesagt, 911history.de. Ebenfalls ist die Adresse in den Flyern vorhanden, beziehungsweise abgedruckt. Gut, ich referiere heute zu dem Ground Zero Modell. Das ist ein physikalisches Modell, das eigentlich an den Universitäten untersucht werden müsste, aber dort geächtet und vermieden wird. Ich habe diesen Vortrag bereits fünf oder sechs Mal gehalten. Dabei habe ich gemerkt, dass es bei den Zuhörern zwei große Hürden zum Verständnis gibt. Die erste Hürde sind die physikalischen Argumente. Und die zweite Hürde besteht in der Schwierigkeit, die Information über die Tätergruppe einzuordnen. Dabei ist das Problem einfach lösbar, wenn wir genügend Abstand davon gewinnen und es von weit weg betrachten. Und das soll auch der Leitspruch für diesen Vortrag sein. Auf der richtigen Skala wird alles einfach. Auf der richtigen Skala erkennen wir die großen Zusammenhänge, die bis zur nuklearen Erpressung der Zivilgesellschaft reichen. Ich beginne mit dem 10. September 2001 und folgt der Meldung. Jetzt bitte das erste Video abspielen. According to some estimates, we cannot track 2,3 trillion dollars in transactions. So, diese Trillions sind auf Deutsch nur 2,3 Billionen. Und für Sie in der Schweiz ist diese Summe ganz einfach zu merken. In der Schweiz gibt es nämlich etwa 2,3 Millionen Familien. Das heißt, jede einzelne Familie in der Schweiz würde 1 Million Dollar erhalten, wenn man die Fehlsumme auf die Schweizer Familien verteilen würde. Für die amerikanischen Familien ergäbe sich nur eine Summe von 25.000 Dollar. Aber auch das merken Sie in Ihrem Haushaltsbudget. Es ist also eine Menge Geld. Und um den Verbleib des Geldes zu untersuchen, wurde im Pentagon eine zivile Fahndungskommission eingerichtet. Allerdings explodierten am 11. September im Pentagon in den Büroräumen dieser Zivilfahnder mehrere Sprengsitze. Dabei wurden erstens die Daten zerstört und zweitens die Zivilfahnder getöntet. Nun gab es aber Backup-Daten. Diese befanden sich in New York und zwar in einem fast 200 Meter hohen Büroturm, der unter dem Namen Gebäude 7 in die Geschichte eingegangen ist. Wir gehen also nach New York. Dieses Gebäude 7 wurde ebenfalls am 11. September zerstört. Es brach um 17.20 Uhr im Freien Fall zusammen. Ebenfalls zerstört wurden zwei große Stahltürme, jeweils 400 Meter hoch. Zusätzlich, und hier an dem Bild eingeblendet unten, entzündeten sich Autos und andere Stahlgebäude direkt am World Trade Center und brannten teils völlig aus. Hier sehen Sie den Schutthaufen von Gebäude 7 mit den nicht mehr auffindbaren Backup-Daten der 2,3 Billionen. Und es fällt auf, dass dieser Schutthaufen erstaunlich klein ist. Wir reden von einem Gebäude, das 200 Meter hoch war. So, hier eine andere Aufnahme. Man hat also tatsächlich Erde auf diesen Schutthaufen geworfen. Das ist auf den ersten Blick völlig unverständlich, ist aber für eine Dekontamination eine sehr richtige Maßnahme. Meine Damen und Herren, man hat in der Wahrheitsbewegung immer gesagt, die einzige Möglichkeit, Gebäude 7 im freien Fall einstürzen zu lassen, sei das gleichzeitige Durchtrennen aller 81 vertikalen Stahlsäulen, die das Gebäude getragen haben. Das ist physikalisch nicht ganz korrekt. Es gibt tatsächlich noch die zweite Möglichkeit, und zwar eine über mehrere Stunden andauernde gleichmäßige Schwächung der Stahlsäulen. Extremrost zum Beispiel. Wenn Sie das Gebäude dann mit einer kleinen Sprengung noch weiter destabilisieren, gewissermaßen einen kleinen Klaps geben, dann geben alle Stahlsäulen auf ihre gesamte Länge von 200 Meter nach, da keine einzige Säule mehr in der Lage ist, diese Kräfte abzuleiten. Durch den freien Fall gewinnt dann das Material so viel an kinetischer Energie, dass er sich beim Auftreffen auf die Erde selbst komprimiert, also zusammenpresst. Und das Ergebnis ist dieser kleine, jämmerlich rauchende Schrosthaufe, den Sie hier auf dem Bild sehen. Sie haben es schon gemerkt, das Ground Zero-Modell postuliert eine nukleare Zerstörung des World Trade Centers. Im Rahmen eines Modells dürfen wir alles behaupten. Unser Spielmodell. Es muss nur in sich schlüssig sein. Dazu bedienen wir uns eines Tricks. Wir betrachten die Vorgänge auf einer Kilometer-Skala und stecken das Modell in einen Würfel mit einer Kantenlänge von einem Kilometer. Dabei umgehen wir das übliche Problem der Fragestellung nach den Stahlbolzen oder Verbindungsbolzen, die ja auf einer Meter- oder Zentimeter-Skala beschrieben werden. Diese interessieren uns nicht, die verkomplizieren nur den Sachverhalt, die verdampfen einfach. Damit haben wir sofort eine ablehnende Reaktion des trainierten Verstandes und mit trainiertem Verstand meine ich, den durch die Massenmedien trainierte und beeinflusst Verstand. Wenn Sie versuchen, das Modell zu kommunizieren, erhalten Sie sofort zwei Reaktionen. Nein, denn so etwas würden die Amerikaner den Amerikanern niemals antun. Und nein, es wäre doch alles radioaktiv gewesen. Wenn Sie dann anfangen, noch zu argumentieren, führt es immer nur zur typischen Fluchtreaktion des trainierten Verstandes. Ach, lass mich doch in Ruhe. Und mit dieser Abwehrhaltung kann man dann nur noch sehr eingeschränkt spielen. Möglich ist noch die erstaunte oder gespielt erstaunte Gegenfrage. Nein, so das würden die Psychopathen der Macht den Amerikanern nie antun. Und nein, Radioaktivität kann sich nicht verstecken. Das erzeugt weniger Ablehnung, aber dennoch eine Fluchtreaktion. Hoffentlich hat er nicht recht. Ich will es gar nicht wissen. Und zur Überwindung dieser Barriere hatte ich für diesen Vortrag ursprünglich eine Art Spielbrett entworfen, in Anlehnung an das bekannte Spielmeschärgericht nicht. Dabei hätten die Erhaltungssätze der Physik als Spielstein gedient, also die drei Erhaltungssätze, Impuls, Masseerhalt, Energie und die diesen Sätzen untergeordnete Komponente, die Strahlung. Anschließend hätten wir dann die vier Spielstationen. Dort laufen dann also Impuls, also Beobachtung, Skizze, Rechenmodell, Prognose. Wieder Beobachtung, Skizze, Rechenmodell, Prognose. Und versucht mit unserem Spielstein den sicheren Heimathafen zu erreichen. Meine Frau sagte dann plötzlich, diese Vorgehensweise sei aber ziemlich langweilig. Ich würde mich wieder altklug und pedantisch mit physikalischen Argumenten befassen. Aus diesem Grund habe ich die Konzeption geändert. Ich versuche mich dem Problem von oben zu nähern, aus der Vogelperspektive. Also nicht von unten im Einstieg mit den physikalischen Argumenten, sondern von oben. Und dazu frage ich einfach, wer kann so etwas geplant haben und kommt als Tätergruppe infrage. Und ich denke, es ist legitim, diese Tätergruppe als Psychopathen der Macht zu bezeichnen. Diesen Psychopathen der Macht ist Dominanz und Hierarchie wichtiger als Resonanz und Harmonie. Sie sind zwar nicht intelligenter als wir, aber sie denken anders, gröber und grobschlechtiger. Sie denken in sehr einfachen Strukturen. Sie halten sich für genial und unangreifbar. Sie schreiben die Geschichte selbst und formen die Gesellschaft nach ihrem Bild. Kurz, sie denken in der Skala der Größenwahnsinnigen. Das ist jetzt keine Schuldzuweisung, aber die Arbeiten von bestimmten Gruppen muss für die Geschichtsschreibung noch sehr genau untersucht werden. Ein Vertreter dieser Gruppe ist beispielsweise Philipp David Sivica. Er selbst brüstet sich damit, das zu sein, was man im Deutschen einen Lügenbaron nennt. Seine Fähigkeit, einen öffentlichen Mythos zu erschaffen und lange Zeit aufrechterhalten zu können. Im Original Wortlaut The Ability to Create and to Maintain a Public Myth. So hat Sivica im Jahr 1998 eine Strategiepapier entwickelt, das aufzeigt, wie man die Vereinigten Staaten von Amerika in einen Polizeistaat transformieren könnte. In seiner Blaupause, dazu bedient sich Sivica aus eines Tricks. Er beschreibt die Vergangenheit, projiziert sie aber in die Zukunft. Er beschreibt also im Jahr 1998 den Bombenanschlag, den kleinen Bombenanschlag im World Trade Center aus dem Jahr 1993, sagt aber gleichzeitig die Ereignisse des Jahres 2001 korrekt voraus. In dem Papier heißt es, das Originaltext ist hier oben, der erste Absatz, der zweite ist der letzte Absatz. In dem Papier heißt es, wenn die Bombe, die 1993 unter dem World Trade Center explodierte, nuklear gewesen wäre oder wirksam einen tödlichen, krankheitsfähigen verbreitet hätte, dann könnten die Vereinigten Staaten mit drakonischen Maßnahmen reagieren, die Bürgerrechte einschränken, die Überwachung der Bürger ausweiten, Verdächtige festzunehmen und den Einsatz tödlicher Gewalt erlauben. Nehmen wir jetzt einfach einmal an, dass Philipp Sivica uns und seinen Kollegen die volle Wahrheit gesagt hat. Dann waren die tödlichen Krankheitserreger, die Antragssporen, hier unten abgebildet, die im September 2001 per Brief verschickt wurden. Allerdings hat sich in der Zwischenzeit herausgestellt, dass diese Sporen aufgrund ihrer feinen Ummantelung aus einem US-Waffenlabor kamen und somit dem Hersteller auch namentlich zuordern war sind. Aber uns interessiert heute die nukleare Vorhersage und tatsächlich gibt es Aufnahmen, die eine deutliche Sprache sprechen. Zu dem folgenden Video muss ich jetzt sagen, die Aufnahmen stammen ausschließlich von Gebäude 7. Zweitens, die Aufnahmen sind nicht im Zeitraffer dargestellt, das heißt, sie geschehen tatsächlich so schnell. Ich habe nur drei Minuten Ereignisse in eine Minute zusammengeschnitten und komprimiert und jetzt bräuchte ich das Video C15-Glaskugel, das zweite Video. Sie sehen dann Gebäude 7 im freien Fall gleich. Hier, genau, hier kommt es runter, wie ein Stein. Dann entwickelt sich eine pyroklassische Stauburge, ein pyroklassischer Fluss. Jetzt ändern wir die Perspektive, das ist vom Balkon auf, selbe Situation. Dann ein Zeitschnitt, eine Minute später. Hier ist der Dampf bereits milchig. Dafür entwickelt sich eine Pilzwolke aus den Trümmern von Gebäude 7. Hier beginnt sie sich zu entwickeln und das ist über den Hudson aufgenommen. Sie sehen eine zentrale Wolke und vier Nebenäste, die binnen einer Minute auf 1300 Meter aufsteigt und dann auch so einen schönen Knubbel mit dem Schlauch hat. Das sind ganz typische Formen für eine nukleare Detonation. So, jetzt interessiert uns natürlich, wie kann man in einer Großstadt eine nukleare Waffe zünden, ohne dass die Bürger das sofort durchschauen. Und dazu machen wir einen Exkurs. Hinweise dazu geben die Abschriften eines Symposiums zu einem ähnlichen Thema aus dem Jahr 1970. Und zwar das Symposium on Engineering with Nuclear Explosives. Konkret geht es um den nuklearen Landschaftsbau. Auf Basis dieser Dokumente können wir eine Hypothese, also eine Annahme, formulieren. Die Zerstörung des World Trade Centers wurde bereits vor dem Bau so geplant. Nun fragen Sie sich ja, warum gab es 1970 ein Symposium zu diesem Thema, bei dem übrigens 500 der besten Wissenschaftler teilnahmen. Dazu müssen wir zwei Dinge verstehen. Erstens, die Euphorie, die um 1965 bezüglich des nuklearen Landschaftsbau herrschte. Und zweitens, die Einschätzung der um 1965 entwickelten Techniken, die den nuklearen Landschaftsbau als möglich, als machbar erscheinen ließen. Diese Grafik hier zeigt beispielsweise die Planung einer Eisenbahntrasse durch einen Berg. Aber nicht wie in der Schweiz üblich, durch den Bau eines Tunnels, sondern durch das Entfernen eines Berges. Dazu wären 23 Atombomben gezündet worden und der Berg wäre auf einer Breite von 500 Metern geöffnet worden. Im Rahmen dieses Projekts Carial wäre der Bergrücken also auf einer Länge von 4,5 Kilometern verschwunden und die Sprengkraft der Atombomben hätte zwischen 20 Kilotonnen und 200 Kilotonnen gelegen. Zum Vergleich, die direkte Energiefreisetzung der Hiroshima-Bombe lag bei nur 15 Kilotonnen. Sie merken also, für den Landschaftsbau braucht man hohe Energien. Hier im Bild sehen Sie den Bergrücken, angedeutet oben. Unten die Punkte sind die Sprengladungen. Dabei sind die roten Punkte, die 200 Kilotonnenladungen direkt unter dem Berg sind und die Flanken werden mit 20 Kilotonnen gezündet. Hier im Bild schwarz-weiß ein Modell des nie realisierten Projekts mit einem zusätzlichen Wasserauffangbecken, hier leicht orange markiert. Dieses Wasserauffangbecken wäre durch einen Energieeintrag von 100 Kilotonnen erzeugt worden. Damit Sie aber die unvorstellbare Skala fühlen, ich sagte, Leitspruch für diesen Vortrag, auf der richtigen Skala wird alles einfach, habe ich als Vergleich rechts den 6,5 Kilometer langen Fendertunnel abgebildet bei Bregenz, den Sie sicher alle kennen. Die Vorstellung, den Fender in zwei Teilen zu teilen, also Fender Ost und Fender West und die Autobahn über Tage zu führen, ist für uns einfach nur grotesk. Aber ich möchte das Gefühl für die richtige Skala geben. Die Referenzsprengung zu dem Karialwasserbecken ist der 1962 ebenfalls mit 100 Kilotonnen realisierte Krater von Storax Sedan. Das sind echte Bilder. Die Tiefe des Kraters beträgt etwa 100 Meter, dann durchaus 400 Meter und die Explosion verursachte ein starkes Erdbeben von 4,75 auf der Richterskala. Interessant sind die unterschiedlichen Expertenmeinungen bezüglich des möglichen Beginns der Bauarbeit nach der Sprengung. Manche Experten gingen davon aus, dass man nur drei Tage braucht, bis man die Trupps reinschicken kann und beginnen kann zu arbeiten. Manche anderen Schätzungen gehen von einer Wartzeit von etwa einem Jahr aus, bis die Radioaktivität abgeklungen ist. Aber das wichtigste Ziel dieses Symposiums war es, durch die Verringerung der radioaktiven Kontamination den nuklearen Landschaftsbau voranzubringen. Dazu wurden einige Tricks entwickelt, unter anderem die Kombination von nuklearen und konventionellen Sprengsätzen. Man hat nämlich herausgefunden, dass durch die Überlagerung von Schockwellen die kleinen konventionellen Ladungen eine extreme Wirkung erzielen können. Hier sehen Sie es im Bild. Die kleinen Sprengladungen werden zeitverzögert, 200 Millisekunden zeitverzögert, nach dem Zünden der Atombombe gezündet. Das heißt, durch diese Überlagerung kommt es zu einer extremen Wirkung. Diesen Schacht, der sich da gebildet hat, nannte man bereits 1970 einen nuklearen Kamin. Ebenso können Sie den Berg horizontal abtragen oder einen Schacht sprengen. Eine weitere Methode, die Sprengwirkung zu erhöhen, aber gleichzeitig die Radioaktivität, die Kontamination zu minimieren, war die Nutzung von Wasser als Zusatztreibladung. Wenn die Atombombe in einem Wasserbecken gezündet wird, das seinerseits wieder vollständig von Granit umschlossen ist, dann fällt das Wasser bei der Druckentladung vertikal nach oben eine unglaubliche zerstörerische Kraft. In dieser Konfiguration hier wird für eine 20 Kilotonnen Ladung ein Wasserbecken von nur 340 Kubik empfohlen. Das entspricht einem Würfel von nur 7 Meter Kantenlänge, also einem kleinen Haus. Wasservolumen. Damit Sie dann noch die Begeisterung der Kollegen des Landschaftsbauern nachvollziehen können, noch weitere Zusatzinformationen. Es gibt Elemente wie Eisen, Eisen in das World Trade Center, aber auch Silizium und Sauerstoff, also Siliziumdioxid ist Sand, die drei oder vier nicht-radioaktive Isotope bilden können. Das heißt, Eisen oder Granit wird nicht sofort radioaktiv, selbst wenn das Element durch die Explosion einer Atombombe Neutronen absorbiert. Oder Sauerstoff, in dem Fall das entstandene radioaktive Isotope, zerfällt in Binnensekunden und stellt dann auch kein langfristiges Problem mehr dar. All diese Faktoren, diese vier Punkte, die hier gelistet sind, sprachen also für die Anwendung der Atombombe für den Landschaftsbau bei einer Zündung in Granit. Selbstverständlich wurden auf dem Symposium auch Berechnungen vorgestellt. Man muss verstehen, wo sich das Material nach der Zündung hinbewegt. Salopp gesagt, man muss wissen, wie der Berg beschleunigt, wie er sich dreht, welche Spannungen im Gestein zu erwarten sind und so weiter. Das kann man stark vereinfacht über Tensoren abbilden. Damit beenden wir den Exkurs des nuklearen Landschaftsbaus und wenden das Wissen auf den 11. September an. Wie wirkt denn die Atombombe? Hier haben wir das erste Layout. Sie sehen, die Bombe ist in dem Fall über dem Wasserluster platziert. Ein Kanal verbindet die Atombombe mit dem Turm. Das heißt, der Gamma-Blitz nach dem Zünden geht in den Turm rein und wird abschließend durch den Wasserluster zerrissen. Weiter wird die Druckwelle im Boden kompensiert. Das heißt, es gibt nicht diesen Riesenkrater, sondern wie beim Gewehr die Explosionskammer und schließt vollständig den Explosionsdruck und es geht nur nach oben rauf. So, das ist das, was wir beobachten. Wir sehen also tatsächlich ein klares Eruptionsverhalten des Nordturms. In der Mitte ist die zentrale schwarze Wolke aus kondensiertem Eisendampf sichtbar, während die weiße eruptionsartige Fontäne durch die Druckentladung des Wassers und des verdampften Gesteins hervorgerufen hat. Hier sehen Sie also die Gültigkeit eines Hauptsatzes der Physik, und zwar die Impulserhaltung. Eine vertikal nach oben gerichtete Bewegung bleibt so lange vertikal, solange sie nicht durch ein Hindernis abgelenkt wird. Und die Turmspitze war ein solches Hindernis. Weiter sehen bzw. hören wird die Gültigkeit eines anderen Satzes, Erhalt der Masse oder des Volumenstroms. Im nächsten Video sind also nur die akustischen Informationen wichtig, achten Sie nicht so sehr auf die Bilder. Sie sehen zunächst die fokussierte Eruption eines Gasstroms aus dem Vulkan Stromboli, und dieses Geräusch vergleichen Sie dann einfach. Jetzt bitte den Ton ab. Okay, wir merken also, an diesem einfachen Beispiel. Akustisch ist das Fauchen des Nordturms nicht zu unterscheiden von einer fokussierten Eruption. Damit untermauert ein weiterer Hauptsatz der Physik das Grand Zero-Modell. Die Ursache und die Quelle des Volumenstroms ist geklärt. Die Luftmasse kommen also nicht aus dem Nichts. Auf der anderen Seite müsste aber Radioaktivität in messbarer Menge freigesetzt worden sein, denn die verdampfte Bombe gelangt ja mit den Eruptionsgasen in die Umwelt. Tatsächlich lässt sich diese Radioaktivität auch berechnen, die nach dem Grand Zero-Modell erwartete Radioaktivität, sobald wir die Höhe des Energieeintrags kennen. Hier ist die Uran-Kernspaltung dargestellt. Uran zerplatzt in zwei Teile bei der Spaltung und bildet unterschiedlich große Bruchstücke. Diese Bruchstücke variieren in ihrer Größe und in ihrer Radioaktivität. Die Grafik hier zeigt die Entstehungswahrscheinlichkeit dieser Bruchstücke. Es gilt nun, die langlebigen Isotope nachzuweisen. Tatsächlich erfolgte die Analyse des Staubs aus dem World Trade Center mit vielen Monaten Verspätung und es ergab sich nur eine leicht erhöhte Beta-Aktivität, die wird auch zugegeben. Allerdings ist diese leicht erhöhte Beta-Aktivität zu gering, für einen nuklearen Prozess. Sie wird so zumindest eingestuft. Deswegen untersucht man sie nicht weiter. Die Analyse wurde von Dr. Paul Loy auf Basis des sogenannten Liquid Scintillation Counting durchgeführt. Das ist die LSC-Methode. Dabei senden Lichtblitze in einer Flüssigkeit, dabei senden Zusatzstoffe in einer Flüssigkeit ein Lichtblitz aus, sobald diese Zusatzstoffe durch Radioaktivität angeregt werden. Dieser Lichtblitzstöreffekt ist auch mit hochauflösenden Kameras nachweisbar. Nun sollten wir bei 9-11 bei einem nicht radioaktiven Staub keinen Ausfall von Kamerapixeln erwarten. Das ist logisch. Merkwürdigerweise zeigen aber etliche Kameras an 9-11 genau diesen Effekt. Jedes Kamerabild wird von links nach rechts zeilenweise aufgebaut. Ein getroffener Pixel bzw. die Zeile erholt sich binnen Millisekunden und verursacht den Eindruck eines horizontal huschenden Silberfischchens. Jetzt bitte Video E05, GZML Radioaktivität. Das wäre dann das dritte. So, starten. Hier kommt die Wolke. Die Reporter fliehen. Und werden danach fasst. Sobald sie erfasst werden, sehen sie ihn entdeckt. Okay, also Sie sehen massive Störungen in der Elektronik. Wer hat nun recht? Ein amerikanischer Kollege wollte es genauer wissen und hat bei Ebay ein Stück vom World Trade Center ersteigert. Ähnlich wie die Berliner Mauer lässt sich auch das World Trade Center stückweise kaufen und für 355 Dollar landete also ein Rest bei einem Freund auf dem Küchentisch. Hier sehen Sie den aus Stahl, Beton und Stein zusammengebackenen Klumpen. Man muss dazu sagen, Alpha- und Beta-Strahlung kommt nicht aus dem Klumpen raus. Der wird maskiert. Anders ist das bei der Gamma-Strahlung. Diese durchdringt feste Stoffe mit relativ hoher Energie. Dabei nimmt nur die Intensität des Strahls ab. Seine Wellenlänge oder die Energielänge wird dabei nicht geändert. Das ist bei dem Laserlicht genauso. Also der Laserlicht ändert beim Durchgang durch Glas, hier auch nicht seine Farbe, sondern nur seine Intensität, seine Stärke. Und so hat ein Teil dieser Probe vom Küchentisch die wundersame Reise in ein Gammaspektrometer einer deutschen Universität angetreten. Manche der Uran-Spaltprodukte lassen sich nämlich in diesem Gammaspektrometer nachweisen. Besonders leicht nachfassbar ist das Isotop Cäsium-137. Dieses verrät sich durch die Energielinie bei 662 Kilo Elektronenvolt. So. Und zu meiner großen Überraschung war diese Energielinie nicht vorhanden. Ich habe sie hier gelb eingezeichnet. Das ist erstes Drittel, so ein gelber Strich. Da habe ich sie erwartet, aber sie versteckt sich. Leider. Irgendwie. Es kann nur natürlich sein, dass wir betrogen worden sind und einfach nur Eisenschlacke aus dem Rennrofen gekauft haben. Aber nehmen wir einmal an, dass diese Probe typisch ist, und es den anderen Labors also ähnlich gegangen ist, dass diese typische Probe trotzdem nicht stellvertretend oder aussagekräftig ist. Jetzt können Sie sagen, okay, diese eine Linie, es sind viele Linien, eine Linie, ist die denn so wichtig? Doch, leider. Leider ist sie wichtig. Ohne diese elende Linie von Cäsium-137, hier diese gelbe Linie, keine Uran-Kernspaltung. Und ohne Uran-Kernspaltung entwachsen dann wilde Theorien um den 11. September, also kalte Fusion, Antimaterie, Skalarwaffen, hat sich so einen Effekt im Ruhlraum, Einschlusszündung von Deuterium und Tritium und auch Nanothermit. Und sagen aber die Hauptsätze der Physik, hallo, hallo, hallo. Es war ein nuklearer Prozess. Es war ein nuklearer Prozess. Impuls spricht dafür, Volumenstrom spricht dafür, Energie spricht dafür. Und was macht diese untergeordnete Strahlung? Die untergeordnete Strahlung sagt April, April. Das ist zum Verrücktwerden für einen Physiker. Es ist total schlimm, wenn ein untergeordnetes Puzzleteilchen die höher geordneten Sätze verspottet. Das ist total abgefahren. Wie kann das sein? Welches Genie oder welcher Teufel lacht uns da aus? Und die Lösung, die ich vorstellen möchte, heißt Abschirmung. Stellen Sie sich zunächst vor, Sie stimmen neben einem Kernkraftwerk. Dort findet Ihnen eine Kernspaltung statt. Aber Sie können draußen in der Bodenprobe keine Energielinie von Cäsium-137 messen. Warum ist das so? Weil ein kompliziertes, technisches Regelsystem über Kühlkreisläufe dem Reaktor Energie entzieht, aber direkt selbst immer eingekrapt und geschlossen bleibt. Und jetzt stellen Sie sich noch etwas vor, ganz anderes. Sie sind James Bond. Sie sind in einem Schwimmbecken und sind mit einer Unterwasserpistole bewaffnet. Diese Unterwasserpistole hat eine Reichweite von circa 10 Metern. Ihr Agent, also Ihr Gegner, Agent einer finsteren Macht, laut tückisch unter Wasser in einer Entfernung von 20 Metern. Er weiß genau, dass Ihre Unterwasserpistole nutzlos ist und plant irgendeine Gemeinheit. Aber Sie sind James Bond. Sie wissen, dass Sie sich in einem Whirlpool befinden und Sie legen unter Wasser den richtigen Schalter um. Dann füllt sich das Wasser mit Luftblasen. Und dann drücken Sie ab und schalten den Gegner zielsicher aus. Der James-Bond-Trick ist, er verringert die Dichte des Mediums, des Wassers, und dann kommt der Geschosspfeil viel weiter. Das ist also Layout 2. De facto ist das in der Atomphysik ein Trick von Edward Teller. Edward Teller hat den Spitznamen Vater der Wasserstoffbombe. Es wäre genauer zu sagen, Meister des Neutronenflusses. Neutronen sind kleine Bausteine, hier rechts in dem Kästchen eingestellt, das große, die große blaue Kugel, zwei Atomen. Die Neutronen sind kleine Kernbausteine. Sie gelten als schnell, wenn Sie eine Geschwindigkeit von 20.000 Kilometern pro Sekunde haben und sie gelten als langsam, wenn Sie eine Geschwindigkeit von, ja, zwei Kilometern pro Sekunde haben. Das ist langsam bei Neutronen. Schnelle Neutronen fliegen durch die Atome der Festkörper hindurch. Dabei werden sie gestreut und langsamer. Gleichzeitig geben sie da Energie ab, und es entsteht Röntgenstrahlung. Nach etwa sechs Metern bleiben sie in Festkörpern stecken. Nach sechs Metern ist für diese Neutronen also Schluss mit der Reichweite. In trockener Luft allerdings können sie mehrere Kilometer zurücklegen. Einige Luftmoleküle stören da nicht sonderlich, denn die Dichte des Mediums Luft ist ja gering. Die Lösung für das 9-11-Problem findet sich in etwa Stellarkonzeption des Trigger-Reaktors. Dort bilden sich Dampfblasen, die urplötzlich dafür sorgen, dass sich ein kritischer Reaktor wieder beruhigt. Ein Trigger-Reaktor kann nicht explodieren, weil sehr heißer Brennstoff die Neutronen entweichen lässt. Man kann das Prinzip aber auch umdrehen und einen harmlosen in einen explosiven Reaktor umwandeln. In dem neuen Layout, das Sie hier sehen, haben wir also einen Booster aus kochendem Wasser. Wichtig ist kochend, wegen den Dampfblasen. Ein Schutzschild aus flüssigem, kochendem Granit. Kochen ist wichtig, wegen den Dampfblasen. Und unten, ganz unten, den arbeitenden, unten eingeschlossenen Reaktorkern. Wenn dieser Reaktor überkritisch wird und explodiert, dann verwandelt sich das Wasser in eine Überdruckblase. Das flüssige Gestein verdünnt den radioaktiven Reaktorkern ganz unten und schließt diesen ein. Die Explosion verläuft dabei relativ weich. Es ist eine Art Verpuffung. Das Bild zeigt hier jetzt die Situation nach drei Sekunden. Das Gemisch ist noch vollständig im Granit eingeschlossen. Durch den sekundenlangen Einschluss im Granit kann sich das extrem heiße nukleare Plasma vor dem Ausbruch oben sammeln. Heiße Sachen steigen auf. Es entsteht eine Art Sperrspitze bei 8000 Grad Celsius. Diese 8000 Grad Celsius sind ein Schätzwert. Der Wert in der Literatur liegt für ein Gleichgewicht dieser exklusiven Masse, die hier nicht erreicht wird, bei nur 5000 Grad Celsius und 200 Bar. Das Bild zeigt die Situation jetzt nach acht Sekunden nach der Explosion. Das Gemisch durchbricht dann den Kanal. Und hier die Situation nach zehn Sekunden. Das nukleare Plasma hat das Innere des Turms verdampft. Es folgt der Rückschlag der Druckwelle in der Turmspitze oben, also wenn die Luft nach oben geht, sammelt sich die verdrängte Luft oben und wenn der Druck zu hoch wird, schlägt die verdrängte Luft zurück und das Plasma geht seitlich raus. Es folgt der Rückschlag der Druckwelle in der Turmspitze durch die verdrängte Luft, gefällt von der eigentlichen Eruption der Überdruckblase. Und nach der Eruption, das ist das Wichtige, sackt das Turminnere in sich zusammen und verschließt die sich zusammen die sich hier gewöhnende Überdruckkammer. Die zusammenziehende Überdruckkammer verschließt sich durch diesen Schmelzpfropfen. Dabei entsteht keine Kavität, sondern das flüssige Gestein sinkt nach unten und es bilden sich nur oberflächlich Senken. Bodenveränderungen, Risse, Spalten und radioaktives Gestein machen aber eine erneute Erbauung unmöglich. Hier noch einmal die Zerstörung des Südturms. Schön zu sehen ist der verdampfte Gebäude kernschwarz, das heißt kondensierte und wieder erstarrte Eisentröpfchen sowie weiß die bereits bekannte Gaseruption. Nun ist die Erkenntnis eines nuklearen Prozesses bereits mehr als zehn Jahre alt. Nur weigert sich die Öffentlichkeit die Nachricht zu glauben. Genau das ist der eingangs erwähnte, das eingangs erwähnte Spannungsfeld zwischen Physik und Psychologie. Also man weiß es, aber man weigert sich es zu glauben. Der Militärexperte Dimitri Kralesow hat bereits vor zehn Jahren vor diesen Radionukiden gewarnt. Nur wurde er ausgelacht. Stattdessen wird in den Medien generell das Brotwort Toxine für die Ursache der Krebsleien in New York verwendet. Das Ground Zero Modell, das ich jetzt hier präsentiere, ist dem Modell von Kralesow sehr ähnlich. Nur ist das Modell von Kralesow exklusiv, wenn das Ground Zero Modell einen progressiven, langsamen Energieeintrag postuliert. Die Frage, die nun hier im Raum steht, ist, warum ausgerechnet 150 Kilotonnen? Beispielsweise verursachen bereits acht Kilotonnen einen sehr großen Wasserstempel, wie hier, nach einer Zündung in einer Lagune. Hier müssen einfache Abschätzungen gemacht werden, wie viel Energie vom Granit aufgenommen wird, der bei einigen Tausend Grad Celsius verdampft und wie viel Wasser im Booster tatsächlich zur Verfügung stand. Tatsächlich waberten nach der Zerstörung des Nordturms dicke Dampf und Staubschwaden in und über der Stadt. Beschränkte sich also der Prozess wirklich nur auf einen kurzen Gamma-Blitz im Turm, Dörrloch und etwas Wasser und dann war es vorbei oder nicht. Weitere Beobachtungen zeigen, nein, denn es gab tatsächlich einen hohen Energieeintrag im Turm und besonders unter dem Turm. Das Trümmerfeld blieb nämlich monatelang heiß und bildete etliche Hitzezonen und die energiereichste Zone Hotspot A lag, wäre er jetzt, Gebäude 7. Gebäude 7 hatte den energiereichsten Hotspot und nach am 12. Februar 2002 konnte eine Wärmequelle direkt aus dem Granitboden erkannt werden, die sich deutlich von dem Hintergrund abhob. Wenn man versucht, das Ganze in einer Skizze abzubilden, ergibt sich folgendes Bild. Wir unterscheiden zwischen dem Energieeintrag der ersten Ordnung, das ist die Kugel, die Ursache, und dem Energieeintrag der zweiten Ordnung, das heißt der Wirkung, dem Verglühen der Turmspitzen. Zur Abschätzung des Energieeintrags fragen wir dann einfach, welche Energie ist eigentlich nötig, um im Boden eine 100 Grad heiße Zone mit einem Kugelradius von 75 Meter zu erzeugen. Das ist ganz einfach, in dieser Zone verdampft das Wasser. Oder als Kurzfrage formuliert, hey, wie viel muss ich denn heizen, damit dieses Hitzefeld entsteht, über mehrere Monate. Über den Dreisatz erhalten Sie mit der Hilfe der Wärme Kapazität von Granit und dem Wert vom Gesamtenergieeintrag von 1x10 auf 15 Joule. Die Energieeinheit Joule kann man in die Energieeinheit Kiloton umrechnen, wie beim Gewicht Kilogramm und Zentner. Da tut sich nichts, es ändert sich nur die Zahl. Und diese 1x10 auf 15 Joule für diese drei Kugeln ergibt eben in Kiloton 150 Kilotonnen pro Kugel. So einfach ist das mit der Erbschätzung. So, nun trifft man immer auf Unglauben, dass eine solche Strahlungsbombe überhaupt existieren könnte. Sowas kann man nicht bauen. Aus diesem Grund habe ich ein kleines Modell gebastelt und mitgebracht aus Holz. Hier sehen Sie den Steuerstab aus hoch angereichertem Uran. Der besteht aus zwei Teilen und ein unteres Teil ist das aus Thorium, einem Fremdmetall. Weiter sind die Scheibchen hier auch aus Thorium und Uran. zu Beginn, wenn die Bombe inaktiv ist, ist dieses Uranscheibchen nicht in Kontakt mit dem hoch angereicherten Uran des Steuerstabs, sondern es ist einfach noch in Kontakt mit dem Thorium. Das ist also jetzt die inaktive Bombe. Sie zünden das Ding durch den Einschuss des Steuerstabs und dann ist dieses Uranscheibchen in Kontakt mit dem Uran des Steuerstabs und die Reaktivität dieser Vorrichtung, dieser Bombe, erhöht sich schlagartig. Sie sendet erst mal einen EP-Impuls aus und geht dann in den Arbeitsmodus. Dabei, wenn sie zu Beginn nur warm war, im inaktiven Zustand durch die Spontanspaltung wird es jetzt sehr heiß und beginnt zu schmelzen. Sie beginnt dann sehr schnell zu kochen, vermischt sich dabei ständig mit dem Fremdmetall und schmilzt sich in den Granit ein. Das ist nun etablierte Schulphysik, sowas sollte machbar sein, das kriegen wir hin. Hier sehen Sie also im neuen Mail-Out das System direkt nach der Aktivierung und zwar noch vor dem Einschlag des Flugzeugs. Der Wasserbooster ist dabei noch leer, das heißt, die Kollegen haben jetzt vor Einschlag des Flugzeugs die Bombe aktiviert durch den Einschuss des Steuerstabs. Der Reaktor beginnt dann unten zu arbeiten und beginnt sich in den Granit einzuschmelzen. Sekunden später erfolgt der Einschlag, dann startet das Feuerlöschsystem mit dem Fluten des Wasserboosters und kleine Sprengsätze klassisch oder sogar Termit verbinden das Gebäude zu einem nuklearen Granit. Hier sehen Sie jetzt das System im Arbeitsmodus, das heißt es arbeitet stabil als Röntgenstrahlengenerator für etwa eine Stunde. Das nun flüssige Metallgemisch kocht bei 4000 Grad Celsius und schmilzt sich in den Granit ein. Dampfblasenbildung im Granit und im Wasser sorgt für die Durchlässigkeit aber aus dem Kanal gelangt fokussierte Röntgenstrahlung in die Turmspitze wobei in die Turmspitze nicht unten wo die Rettungskräfte noch waren. Dabei wird die Turmspitze durch die Röntgenstrahlung durch die Absorption dieser Strahlung sehr heiß und schmilzt teilweise. Einzelne Pulse von Neutronenstrahlung schießen durch den Turm und werden aus sieben Kilometer Entfernung von den Kameras der Hubschrauber registriert. Das passiert beispielsweise wenn Dampfblasen die flüssige Schlacke des Granits aufreißen also es bildet sich ein Dampfkissen zwischen dem flüssigen Granit und dem flüssigen Wasser. Jetzt bitte Video G08 Strahlungsbombe 01. Hier sehen Sie also die Aufnahmen aus einem Hubschrauber der von diesen Kameras Störungen zeigt Das ist ein anderer Hubschrauber der dieselben Störer findet und Phänomene in der Kamera Das ist jetzt die schmelzende Turmspitze das Teil rinnt dann aus und dann sehen Sie gleich wie das Wasser aus dem Wasser noch nach oben dampft im nächsten Bild Jetzt hier sind Dampffschwaden vor dem Wasserbruster der die ganze Zeit kocht und jetzt kommt es dann zur Eruption das heißt Turmspitze ist geschwächt sinkt in sich zusammen Südturm fällt und dabei kommt es dann noch aus dem Boden hier kommt das fallende Material da unten gibt auch irgendeinen Seidenkanal eine Überdrucks Entladung aus dem Boden das heißt der Dampf hat einen Seidenkanal gefunden und hat sich in die Stadt reingeschmuggelt so jetzt erkläre ich kurz wie dieser Reaktor gezündet wird das ist ein bisschen Physik aber schade nix oben ist das System unter Kontrolle das heißt schnelle Neutronen entweichern Uran und Thorium werden kontinuierlich vermischt das heißt das Zeug blubbert der blubberte Metall brei sinkt dabei langsam in den Granit ein der schmilzt schon bei 1500 Grad wenn das Zeug mit 4000 Grad kocht dann geht es nach unten dabei wirkt der flüssige Granit gleichzeitig als zirkulierendes Kühlmittel das geht eine Zeit lang gut etwa eine Stunde hier unten dann die Grafik unten da wird gezeigt warum das System überkritisch wird erstens kann sich oben auf der Schlacke ein Reflektor aus flüssigem Leichtmetall oder flüssigem Beryllium ausbilden das muss natürlich zugegeben werden und zweitens wird in einer bestimmten Tiefe der Druck so hoch also der Tiefendruck dass das Gemisch aufhört zu kochen dabei setzt durch die unterschiedliche Dichte der beiden Stoffe die Phasendrennung von Uran und Thorium ein als Ergebnis treffen langsame durch den Reflektor zurückgestreute Neutronen auf reines Uran und das geht schief das System explodiert bzw. verpufft diese weiche Explosion verursacht ein schwaches Beben trotzdem wird ein intensiver Gamma und Röntgen Anteil freigesetzt der ein Strahlungskegel in den Turm bringt bzw. abgeschwächt auch nach außen Beide Strahlungskegel führen zu verschiedenen Effekten in Kameras und großen Metall Gegenständen das folgende Video jetzt bitte starten und dann sofort anhalten es ist Video G09A Strahlungsbombe Zündung G09A Strahlungsbombe so hier sehen Sie die Analyse der Tonspur zeigt ein langes Maxima dann ein Tal dann zwei kurze Piks diese Signale können der Zündung dem Lang Maxima dem Einschluss das ist das Tal den Einschluss im Gestein und dem Durchbruch aus dem Boden das ist der erste Peak und dem Einstieg in der Turmspitze das ist der zweite Peak zugeordnet werden und jetzt das Video einfach die ersten 30 Sekunden abspielen und danach einfach wegklicken es ist nicht sonderlich spannend Sie sehen einfach nur einen Bild Ausfall das ist der Hubschrauber jetzt kommt die Zündung jetzt baut sich der Druck in der Blase auf Plasmasteig nach oben jetzt kommt der Durchbruch und jetzt ist es in der Spitze und der Turm fällt eruptiv in sich zusammen und Sie sehen auch das kurze auf Leuchten mit dem nächsten Bild möchte auf einen schweren analytischen Fehler in der Nine-Level Forschung hinweisen oft wird auf die beobachte Zerstörung der einzelnen Stockwerke hingewiesen und dies gleichzeitig als den Beweis einer synchron gesteuerten Zündung von Hunderten von Sprengladungen interpretiert die Videos dazu sind eindeutig die Autozeugenberichte mit gerade Handschlägen von oben nach unten wie die Sprengladungen gezündet wurden es handelt sich tatsächlich nicht um Sprengladungen vielmehr ist es das bautechnisch bedingte Versagen der einzelnen äußeren Stahlsegmente diese widerstehen dem wachsenden Innendruck je Stockwerk etwa eine zehntelsekunde und werden dann segmentweise zerrissen und jetzt bitte das Video G09B Strahlungsbombe zünden Text ist unten auf Deutsch All the way down I was watching it and we're on it All of a sudden it was like bang bang like bullet shots I saw from the corner boom 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 Okay und immer wieder oben schwarz und weiß logisch Natürlich entsteht um jede Strahlungsbombe auch ein entsprechender äußerer Wirkungskreis Dieser verrät sich dadurch dass in diesem Wirkungskreis Funkgeräte ausfallen Kameras flimmern große Mentalflächen durch die Induktion von Wirbelströmen Feuerfangern das sind die sogenannten Eddy Currents Diese Wirkungskreise können sich überlagern und eine besondere Überlagerungszone ergab sich rein geometrisch für Gebäude 5 Jetzt gucken wir uns das Gebäude 5 mal an Hier sehen Sie in der Church Street aufgenommen Gebäude 4 links und Gebäude 5 rechts schon deutlich brennend Hier ist Gebäude 5 hinter der St. Paulskabelle auch deutlich brennend Hier haben wir Gebäude 5 an der Straße ausgesehen und auch wieder hier und jeder kann sehen dass es kein harmloser Papierbrand oder sowas Bei Gebäude 7 konnte es nicht zu einer Gaseruption kommen da früh am Morgen um 6 Uhr 30 das Feuerschutzsystem in den Testmodus geschaltet wurde Damit erfolgte kein Wassereintrag im Gebäude also kein Fluten des Schachtes Nach dem Ground Zero Modell wurde Gebäude 7 noch eine Reaktorbombe ohne Wassermuster zerstört durch das Schnellrost Verfahren und kleine Hilfsprengungen verwandelt er sich in das kleine Häufchen Rost Besonders Auffallend ist bei diesem Foto die noch intakten Granitplatten die sich wie eine Decke über das zerstörte Gebäude 7 legten und auch das ist einfach erklärbar Der Wirkungsquerschnitt ist die Wahrscheinlichkeit von Elementen mit Gamma oder Metronen Strahlen in eine Wechselwirkung zu treten Für Eisen ist diese Wahrscheinlichkeit 21 Mal höher als stark angegriffen und spröde der Granit aber nicht Auch Papier hat einen niedrigen Wirkungsquerschnitt Es kann die Strahlungsenergie nicht aufnehmen Der kubisch raumzentrierte Eisenkristall dagegen mit seinen freien Elektronenbändern nimmt die harte Strahlung auf blockiert sie und zerbricht dabei auf molekularer Ebene Er wird spröde oder zerfällt sogar zu Staub Weiter habe ich aus dem Isotopenlabor im Rahmen dieser Analyse die wichtige Information erhalten dass man gerade bei geringen Strahlungswerten dem Geigerzähler nicht trauen darf Selbst wenn der Staub von den Messwerten her nur gering radioaktiv war so können die erstarrten Metalltröpfchen durchaus gesundheitsschädliche Mengen radioaktiver Substanz in sich tragen Im Fall von Beta Strahlung wie Spronium 90 führt nur der Zerfall von den Atomen an der Staub Oberfläche zu einem Signal dennoch ist die Strahlung innen vorhanden sie wird dann wirksam wenn die Metallgitter durch Säure aufgelöst werden und das eben auch nach Verschlucken durch die Magensäure oder nach Einatmen durch salzige Körperflüssigkeiten wenn diese Radioisotope vom Körper aufgenommen werden beispielsweise für die Knochenbildung dann schaden sie gezielt im Blutbildensystem und können bereits in geringen Dosen Krebs verursachen mit hoher Wahrscheinlichkeit ist das auch die Todesursache von Marcy Borders deren Foto als The Dust Lady berühmt wurde sie wurde an 9-11 von der Staubwolke erfasst und starb 2015 an Magenkrebs also der Krebs entstand genau dort wo die Radioisotope gelöst und freigesetzt wurden auch Marcy Borders starb hoch verschuldet und auch ihnen ist bekannt Krebs ist ein Riesengeschäft der tatsächliche Staubfluss ist hier in der gezeigten Grafik entnehmbar natürlich wirken sowohl Asbestfasern und Toxine also die giftigen Dämpfe aber eben auch Radio Nuklide durch das Ereignis wurden 500.000 Personen exponiert und zur Zeit leiden etwa 50.000 Personen an einer 9-11 Krankheit einer sogenannten 9-11 Condition es liegt nun an den Amerikanern dieses Modell zu verifizieren denn bestimmte Radioisotope müssen in den Bodenproben vorhanden sein wenn man nur tief genug bohrt meine Damen und Herren solange diese Radioisotope aber nicht nachgewiesen sind solange kann dieser Vortrag hier verspottet werden als eine neue verrückte These die besagt das World Trade Center sei durch Wasser zerstört worden aber haben sie vor dem Spott keine Angst wir können den Amerikanern sagen dass sie dem Geigerzähler nicht trauen dürfen sondern dass die Isotope durch ein Isotopen Labor gesucht und nachgewiesen werden müssen wir dürfen auch keine Angst davor haben auch einen nuklearen Prozess durch die freien oder ich sage es zu befreienden Universitäten modellieren zu lassen die hier vorgestellten Ansätze sind brauchbar und sie sind technisch nicht falsch dennoch riskiert aktuell jeder Rektor und jeder Professor seine Stelle wenn er an einer solchen Modellierung arbeiten möchte oder diese vertritt nach meinen Berechnungen erhalte ich auf Basis eines 150 Kilotonnen Energieeintrags und eines reinen Uranspaltenprozesses eine relativ hohe Belastung des Gesteins diese liegt allein für das Strontium 90 bei etwa 790 Kilo Becquerel pro Kilogramm Gestein und ich hoffe meine Rechnungen oder die Annahmen sind falsch aber vielleicht interessieren sich doch irgendwann die technischen Universitäten für dieses Modell es ist in seiner Gesamtheit sicher anspruchsvoll und die Lösung notwendig zumindest darf eine Rechnung nicht lächerlich gemacht werden hier auf dem Bild sehen Sie jetzt stark vereinfacht als Snapshot die Wirkung des Luftkissens das ist der Zylinder oben und den Rückschlag das den Rückschlag des aufschießenden Plasmas verursacht und eben der inneren verdampften Gebäude Kern jetzt bitte das Video G24 GZL Maskierung verdampfter Gebäude Kern hier die Situation von oben drauf geguckt wir sind jetzt hier in unserem Würfel drin wir können die Situation auch drehen mal gucken was da passiert wie gesagt in unserem Würfel ist das Modell drin wir können unter die Erde gehen und auch uns diesen Schmelztrichter ansehen all diese Rechnungen sollten Berechnungen sollten eigentlich in den Universitäten stattfinden und nicht von privater Hand erfolgen ich bin noch nicht ganz fertig so zusammenfassend ja soweit die physikalischen Aspekte und die Physik ist jetzt abgeschlossen soweit die physikalischen Aspekte des Grand Zero Modells zusammenfassend kann man sagen ja die Psychopathen der Macht sind gegenüber allen Menschen rücksichtslos und ja Radioaktivität kann man bedingt verstecken das sind dann wieder die beiden Pole psychologisch physikalisch die wir eingangs hatten im Rahmen der Arbeiten am Grand Zero Modell kommt natürlich nicht nur die Frage auf wer tut so etwas und auch die Frage nach der Motivation anders formuliert lautet die Frage wie kann in einem gesunden Volkskörper überhaupt die Möglichkeit zu solchen Verbrechen wie 9-11 entstehen und die Antwort die ich Ihnen auf diese Frage geben möchte ist ernüchternd in einem gesunden Volkskörper kann ein solches Verbrechen nicht entstehen und schon gar nicht kann es sein dass die Täter im Anschluss die Opfer verspotten das ist in einem gesunden gesunden Volkskörper nicht möglich auch diese Situation kann man modellieren um sie besser zu verstehen ich komme für mich also zu dem Ergebnis dass auch der Volkskörper krank sein muss um solche Verbrechen überhaupt entstehen zu lassen der Vergleich aus der Medizin zeigt hier einen Tumor als Indikator einer ganz anderen Belastung was ich mit diesem Schaubild eigentlich sagen möchte ist folgendes wenn es uns gelingt die Verbrechen um 9-11 als einen Indikator für eine ganz andere Krankheit zu sehen dann haben wir viel gewonnen wir können dann nach der eigentlichen Ursache suchen dann ist es in der Tat der Verdienst von der Gruppe um Selleca und Sackheim durch die Mitwirkung an diesem Verbrechen ein grelles Warnlicht entzündet zu haben ein Licht das auf die Existenz einer anderen Krankheit oder eines zusätzlichen Giftes hinweist Sie können dieses systemische Gift nennen wie Sie wollen Sie können sagen das ist menschliche Gier und Macht Hunger Sie können sagen es ist Dominanz und Hierarchie denken Sie können diesem Gift sogar eine gewisse Intelligenz Delta I zuweisen Für ein mathematisches Modell kann man auch da viele Komponenten hinzufügen Aber vor allem möchte ich sagen es macht keinen Sinn die Täter einfach nur bestrafen zu wollen Natürlich sind diese Leute für ihre Taten verantwortlich Aber wir müssen auch versuchen die übergeordneten Ursachen zu erkennen um sie zumindest abzuschwächen Humor ist ein Mittel dazu Sehr positiv ist also Wir erkennen langsam die Skala des Betrugs Aber nicht alle Leute werden diese Dinge mit Humor nehmen können Dennoch habe ich mir erlaubt zum Schluss eine kleine Sammlung an Kuriositäten zu erstellen Wir werden von den Psychopathen zwar verspottet aber wir können auch über die Psychopathen den Kopf schütteln und lachen Die Verblendung ist teilweise wirklich lächerlich Ich zeige Ihnen in schneller Folge vier Bilder die alle irgendwo zusammenhängen Bild 1 Sie sehen einen Energieeintrag von 23 Kilotonnen in einer Lagune Die große Nebelwand ist ein sehr kurzes Kondensations Phänomen Bild 2 Sie sehen die Torte der Abschlussfeier dieses Tests im Offiziersclub in Washington Bild 3 Sie sehen die Situation nach Auflösung der Kondensations Folge Es handelt sich um denselben Test Bild 4 Sie sehen einen originellen Springbrunnen am World Trade Center Zumindest hat dieser Springbrunnen eine beunruhigende Ähnlichkeit mit der Torte Absurd wird die Situation wenn Sie wissen dass genau an dieser Stelle ebenfalls eine Unterwasser Atombombe gezündet wurde beziehungsweise aus der Sicht von 1970 gezündet werden wird noch absurder wird die Situation wenn Sie verstehen dass vor 9-11 Puppen sogenannte Dummies in den Gebäuden aufgestellt wurden und zwar für das Kunstprojekt feige Männer haben es ausgeführt auf Englisch Guttles Men Carried it out dabei handelt es sich um ein in Form geworgenes Wortspiel die Puppen hatten ein quadratisches Loch im Bauch und trugen einen sargähnigen Gegenstand heraus Guttles bedeutet im Englischen eben Bauchlos oder Feige man kann dieses Spiel fortführen es gibt viele Beispiele die nächsten vier Bilder haben zumindest das was man im Schwäbischen ein Geschmäckle nennt einen Faden bei Geschmack und teilweise sogar den Geruch nach Schwefel Bild 1 Sie sehen das Doppelspiel des Reaktors Leuchtens und es Tribute in Light Bild 2 Sie sehen das Doppelspiel der Strahlenschutzschilde mit Eruptionsöffnung für die Twin Towers und den Reflecting Memorial Pools offiziell und für Gebäude 7 ist dieser Pool ohne Eruptionsöffnung ist aber dafür sehr schön als Schild oder Strahlenschutzschilde geschaltet also drei Türme drei Schutzschilde Bild Bild 3 Sie sehen das Doppelspiel zwischen Friedenstaube und dem Auge des Wissens das Gebäude wurde zunächst als Paloma präsentiert tatsächlich öffnet sich die U-Bahn Station Oculus zu jedem Jahrestag des 11. September und schaut für etwa zwei Stunden in den Himmel Bild 4 Sie sehen das Doppelspiel zwischen einem Ort der Entspannung und einer Unterwerfungsgeste in der Oculus U-Bahn Station Man liegt vor etwas auf dem Boden Natürlich ist dieses Doppelspiel aus einem ganz speziellen und ziemlich verrückten Blickwinkel erkennbar Wie ich schon sagte manche Leute haben mit der Physik Schwierigkeiten manche Leute haben mit den Informationen über die Theatergruppe Schwierigkeiten aber zum Schluss ein Modell ist ein Modell und es darf ja gespielt werden Dennoch haben wir mit dem Ground Zero Modell auch einen neuen Wissensstand erreicht Vielleicht ist das Modell ja falsch aber ich hoffe dass wir die Lüge bald vollständig enttarnen können Und das ist jetzt die vorletzte Seite Ich habe das Foto einer Wanderung im Ammergebirge ausgewählt Die Aufnahme zeigt Wasser ruhig fließend und in einer natürlichen Umgebung Es ist eine gesunde Umgebung die nichts mit Zerstörung oder dem menschengemachten Versetzen von Bergen zu tun hat Und diese Harmonie sollten wir suchen Bleiben sie also dem Leben zugewandt positiv und aufgeschlossen Ich schließe diesen Vortrag mit einem Zitat von Thomas Jefferson Denn das heilende Wissen ist ja bereits hier vorhanden nur der Wahrheitsgehalt ist draußen noch nicht erkannt Bilde die Massen aus und informiere alle Leute Sie sind die einzige wirkliche Sicherung für die Wahrung unserer Freiheit Vielen Dank fürs Zuhören Das war jetzt enttarmter Irrsinn auf Universitäts Level da hat jemand wirklich aufgepasst im Musik Unterricht Meinerseits kann ich nur sagen ich habe alles verstanden und gleichzeitig nichts verstanden habe ich es mit dem Herzen es hat alles einen roten Faden der Logik gehabt es hat nichts runter gezogen man konnte alles nachvollziehen also gar nichts habe ich nicht verstanden aber es war einfach es war stimmig es war stimmig technisch unfassbar höchste Physik im Herzen ist angekommen herzlichen Dank das war ein wichtiges Puzzleteil auch für die Veröffentlichung auch für die Physiker für die Wissenschaftler können wir das wieder ausstrahlen herzlichen Dank Heinz Kommer Applaus 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 Applaus